Wir sind jetzt hier unterwegs mit dem Makler Wischler aus einer ungarischen Arbeitslinie und wir gehen jetzt mal pirschen. Der Hund ist ein Jahr alt und ist jetzt zum 6. oder 7. Mai bei mir. Wir gehen jetzt mal pirschen ohne Kommandos, ohne Leinen natürlich. Wir machen jetzt einen jagdnahen Pirschgang möglichst leise. Damit, also wir wollen zeigen, dass der Hund auch ohne Kommandos und ohne Abrichtung bei der richtigen Stimmung einfach mit einem mitpirscht. Da ist ein braver Hund. Ich habe eine gute Überbrechung. Ich habe ihn schon an, dass der Hund er es vorgelegt hat. Ich bin noch einiger Doppel und vor ich den Hund zu kommen. Ich bin noch einiger Doppel. einfach stehen wenn wir stehen bleiben wir müssen da nichts sagen zu ihm denn das stehen bleiben an sich ist ja schon eine aussage wenn ich stehen bleibt brauche ich meinem hund nicht sagen dass ich stehen bleibt bei der richtigen energie und bei der richtigen rudelstimmung und bei der richtigen führung richtet er sich einfach und abraten